Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Fische, heute könnte ein merkwürdiger Brief oder Anruf auf dich zukommen, und die Informationen, die du erhältst, könnten ziemlich verworren und verwirrend sein. Es könnte schwierig sein, herauszufinden, ob es sich um gute oder schlechte Nachrichten oder etwas dazwischen handelt. Es ist jedoch wichtig, dass du diese Informationen nicht für wahre Münze nimmst. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass irgendjemand wichtige Informationen falsch interpretiert oder missverstanden hat. Wenn die Informationen, die du erhältst, für dich von Bedeutung sind, ist es ratsam, die Fakten zu überprüfen, bevor du sie als die absolute Wahrheit akzeptierst. Ein vorsichtiger und investigativer Ansatz kann dir helfen, mögliche Missverständnisse zu vermeiden. In diesen herausfordernden Zeiten kann das Führen eines Traumtagebuchs eine wertvolle Übung sein. Träume enthalten oft wertvolle Einsichten und Botschaften für unser waches Leben. Wenn du dir angewöhnst, deine Träume aufzuzeichnen, kannst du dich nicht nur leichter an sie erinnern, sondern auch tiefer in dein Unterbewusstsein eindringen. Im Gegensatz zu Fernsehsendungen mit Einschaltquoten sind deine Träume genauso wichtig und können tiefe Einblicke in deine innere Welt gewähren. Indem du deine Träume respektierst und erforscht, verbesserst du dein Selbstbewusstsein und schärfst dein Verständnis für das, was dir wirklich wichtig ist. Wenn du eine vielversprechende Idee oder ein vielversprechendes Projekt vor dir hast, ist es wichtig, dass du gründlich recherchierst, bevor du es in Angriff nimmst. Du neigst vielleicht dazu, übermäßig enthusiastisch zu sein und loszulegen, ohne die möglichen Konsequenzen zu bedenken. Diesmal ist jedoch ein anderer Ansatz gefragt. Anstatt dich impulsiv in die Sache zu stürzen, solltest du einen Schritt zurücktreten und dir die Zeit nehmen, alle notwendigen Informationen zu sammeln. Recherchiere geduldig die Details, Wege die Vor- und Nachteile ab und stelle sicher, dass du einen gut durchdachten Plan hast, bevor du weitermachst. Wenn es um die Liebe geht, solltest du einen potenziellen Partner nicht vorschnell nach seinen sozialen Beziehungen oder Bekannten beurteilen. Wenn deine neue Liebe keine hochrangigen Beziehungen oder Verbindungen zu Menschen hat, die du für einflussreich hältst, solltest du keine voreiligen Schlüsse ziehen. Manchmal besitzen Menschen herausragende Qualitäten und Tugenden, die nicht sofort ersichtlich sind. Gib ihnen eine Chance, ihren wahren Charakter zu offenbaren und ihren Wert zu beweisen. Denke daran, dass echte Beziehungen auf gemeinsamen Werten, Verständnis und emotionaler Kompatibilität beruhen und nicht auf sozialem Status oder Zugehörigkeit. Sei offen dafür, die verborgenen Qualitäten und Stärken zu entdecken, die dein Partner in die Beziehung einbringen kann. In dieser Woche ermutigen dich die kosmischen Energien, dich auf eine tiefgreifende Reise der Selbstfindung in Herzensangelegenheiten zu begeben. Auf der Suche nach der perfekten Beziehung ist es wichtig, Klarheit über deine Wünsche und Erwartungen zu gewinnen. Genauso wichtig ist es aber auch, bei dieser Suche authentisch und dir selbst treu zu bleiben. Authentizität bildet die Grundlage für dauerhafte und bedeutungsvolle Beziehungen. Widerstehe der Versuchung, deine Werte zu verletzen oder dein wahres Ich zu verbergen, um in die Form eines anderen zu passen. Nimm deine Einzigartigkeit an, kommuniziere offen und finde ein harmonisches Gleichgewicht, das es dir ermöglicht, sowohl selbstbewusst in deinen Wünschen als auch authentisch in deinen Beziehungen zu sein. Die himmlischen Ausrichtungen führen dich zu einer Liebe, die nicht nur deine Individualität feiert, sondern auch deine tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Heute geht die Sonne in der Jungfrau eine harmonische Verbindung mit dem rückläufigen Pluto im Steinbock ein und bietet eine günstige Gelegenheit, konkrete Schritte zur Verwirklichung deiner Wünsche zu unternehmen. Der rückläufige Pluto sorgt für die nötige Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, um deine persönlichen Ziele in die Realität umzusetzen. Selbst wenn du mit Herausforderungen oder Hindernissen konfrontiert wirst, gibt dir diese kosmische Ausrichtung die Kraft, durchzuhalten und bedeutende Fortschritte zu machen. Bewahre dir ein unerschütterliches Selbstvertrauen, bleibe deinen Bemühungen treu und vertraue auf deine innere Stärke, um Großes zu erreichen. Dies ist eine Zeit, in der du an deinem Glauben festhältst, aktiv wirst und deine Ziele mit unerschütterlicher Entschlossenheit und Selbstvertrauen verfolgst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die 5 der Münzen steht für Not, finanzielle Herausforderungen und ein Gefühl des Mangels. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht eine finanzielle oder emotionale Belastung spürst. Sie steht für eine Zeit, in der du mit äußeren Umständen kämpfst, die dich vielleicht in Bedrängnis bringen. Die 5 der Münzen ermutigt dich, dir Unterstützung zu holen, wenn du sie brauchst, egal ob es sich um finanzielle Hilfe oder emotionalen Trost handelt. Sie erinnert dich daran, dass du deine Herausforderungen nicht allein bewältigen musst. Neben der 5 der Münzen liegt die 5 der Schwerter. Diese Karte steht für Konflikte, Wettbewerb und die Notwendigkeit, deine Interessen zu schützen. Sie steht für eine Zeit, in der du mit Widerständen konfrontiert wirst oder dich in Streitigkeiten verwickelst. Die 5 der Schwerter fordert dich auf, bei Konflikten vorsichtig zu sein und deine Schlachten weise zu wählen. Sie erinnert dich daran, dass Gewinnen um jeden Preis manchmal zu Isolation und Unmut führen kann. Als letztes haben wir die Mäßigung. Diese Karte steht für Gleichgewicht, Harmonie und das Finden eines Mittelweges. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, gegensätzliche Kräfte zu vereinen und ein Gleichgewicht in deinem Leben zu finden. Die Mäßigung ermutigt dich, das Gleichgewicht in dir selbst und in deinen Beziehungen zu suchen. Sie erinnert dich daran, dass Mäßigung und Geduld zu einem harmonischen und erfüllten Leben führen können. Zusammen ergeben die 5 der Münzen, die 5 der Schwerter und die Mäßigung eine Kombination aus Herausforderungen, Konflikten und dem Bedürfnis nach Gleichgewicht und Mäßigung. Nimm heute die Energie der 5 der Münzen an, indem du dir die Herausforderungen, vor denen du stehst, eingestehst und bei Bedarf Unterstützung suchst. Zögere nicht, um Hilfe zu bitten, egal ob es sich um finanzielle oder emotionale Unterstützung handelt. Gleichzeitig verkörpere die Energie der 5 der Schwerter, indem du bei Konflikten vorsichtig bist und dich für Lösungen entscheidest, bei denen Harmonie wichtiger ist als das Gewinnen um jeden Preis. Vermeide unnötige Konfrontationen und suche, wenn möglich, einen Kompromiss. Kanaliere die Energie der Mäßigung, indem du ein Gleichgewicht in dir selbst und in deinen Beziehungen findest. Bemühe dich um Mäßigung und Geduld, während du die anstehenden Herausforderungen und Konflikte meisterst. Heute ist ein Tag, an dem du dich Herausforderungen und potenziellen Konflikten stellen musst und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und Mäßigung verspürst. Nimm die Energie der 5 der Münzen an, indem du dir deine Herausforderungen eingestehst und Unterstützung suchst. Nutze die Weisheit der 5 der Schwerter, wenn du Konflikte mit Vorsicht angehst und nach Lösungen suchst, bei denen Harmonie im Vordergrund steht. Denke daran, dass Ausgewogenheit und Mäßigung der Schlüssel zur Harmonie in deinem Leben sind, besonders in schwierigen Zeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Widerstandsfähigkeit und Vorsicht meistern und das Potenzial haben, inmitten von Widrigkeiten ein Gleichgewicht zu finden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020